Wasserstoff und Wohnungswirtschaft, wie passt das zusammen? Dieser Frage widmen wir uns im Panel Zukunft für Wasserstoff im Quartier, Vollendung der Sektorkopplung. Mit unseren Gästen Sebastian Herkel vom Fraunhofer ISE und Prof. Dr. Norbert Fisch vom Steinbeiß Innovationszentrum. Gemeinsam wollen wir uns anschauen, wie groß das Potenzial des Energieträgers Wasserstoff für die Sektorkopplung in Quartieren sein kann. Ich freue mich darauf, Sie in meinem Panel am Wohn-Zukunftstag begrüßen zu dürfen. Ich freue mich.